Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Licht- und Schattenorakel Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Arini Diva, ich grüße dich. Das ist dein Licht- und Schattenorakel und schauen wir an, was kommt in die kommenden zwei Wochen. Licht zeigt Glück, Klarheit, Orientierung, Schatten bedeutet die Schattenseite, Gefühle wie Angst oder Einflüsse von außen, was eventuell unangenehm sein könnte. Diese Karten zeigen das Licht und diese Karten zeigen die Schatten. Und wir starten in die gute Seite, also Licht. Die erste Karte hier bedeutet Verlust von etwas, wie ein Diebstahl. Als Diebstahl, natürlich ist das nicht schön und nicht angenehm. In diesem Fall bedeutet aber für dich Glück. Und die Karten haben symbolische Bedeutung. Und dieser Diebstahl bedeutet Verlust von etwas. Verlust von etwas, was für dich bis jetzt unangenehm erschienen ist. Das kann Gewohnheiten sein oder Gefühle wie Angst oder Einflüsse von außen, Kontakte. Auch etwas, was dich bedrückt, wo bis jetzt so Kopfzerbrechen ausgelöst hat. Das geht verloren, dass du endlich aufatmen kannst. Die Zahl 7 steht mit Mond in Verbindung. Und Mond hat einen Einfluss auf die Gefühle. Auch auf unseren Unbewussten, auf unseren Träumen. Hier zeigt sich auch die Träume. Das kann natürlich bedeuten, dass du gut schlafen kannst oder hast einen schönen Traum oder du lebst deinen Traum. Weil die Zahl 7 auch hier und auch hier bedeutet auch Chancen, Möglichkeiten. Dass du etwas bekommst, wovon du geträumt hast oder wovon du träumst. Dieses Bild zeigt die Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität und Struktur. Und da kommt etwas in Bewegung. Das heißt hier, das Feuerelement setzt etwas in Bewegung und du kommst raus aus der Enge. Du hast mehr Chancen, Möglichkeiten, eine Struktur zu bekommen, weil du hast die Orientierung. Das kann auch Veränderung sein. Das in deinem Leben ändert sich etwas und das führt dazu, angekommen zu sein. Das hat Hand und Fuß. Und das Feuerelement zeigt außerdem, das wird dich auch begeistern. Dieses Bild ist sehr schön. Ich liebe diese Karte. Die Kirchen hier haben einen Bezug zu unseren Gefühlen. Aber das spielt alles ab in die Träume und Fantasie. Aber damit beginnt etwas in unserem Leben, weil wir brauchen erstmal eine Vorstellung von etwas. Und wenn wir das vorstellen können und daran glauben und dann loslassen, dann wird dieser Traum wahr. Und diese Kirchen sind dafür da, mit unseren Wünschen zu füllen. Jede Kirche steht für einen Wunsch. Alles, was du möchtest, wovon du träumst, das sind die Chancen, Möglichkeiten, das auch zum Erreichen. Auch wenn du noch nicht ins Ziel angekommen bist, aber da bewegt sich etwas. Wo du noch Glück hast, das ist die Liebe Partnerschaft. Das heißt, das Ganze, etwas geht verloren, aber das war in deinem Leben etwas, was unangenehm war oder was dich bedrückt hat oder die Ängste. Kommt einiges in Bewegung, kommt mehr Struktur, wird dich auch begeistern. Alles, was du träumst, hast du Chancen, Möglichkeiten und zeigt sich hier Glück in die Liebe Partnerschaft. Und jetzt schauen wir die unangenehmen Dinge an und das ist die Schattenseite. Und das zeigt sich hier dieses Bild. Die erste Bild zeigt hier, du startest etwas Neues. Du bestimmst du eine Richtung. Setzt du auch etwas in Bewegung. Begeistert dich auch, weil hier ist auch die Feuerelement. Aber jemand beobachtet dich oder jemand überprüft dich und das kann unangenehm sein. Möglich ist es auch, dass jemand mischt sich ein in deine Angelegenheit und die Zahl 2, was Zweisamkeit bedeutet oder ein Vertrag bedeutet. Hier dieser Einfluss im Schattenseite könnte bedeuten, dass das dazu führt, dass du anfängst daran zum Zweifeln. Was könnte noch unangenehm sein, das sind die Entscheidungen, klare Entscheidungen zum Treffen. Weil es ist etwas, was dich noch verunsichert, wo du dann sagst, soll ich, soll ich nicht, oh wie soll ich mich entscheiden. Unangenehm kann auch sein, wenn du hier Ängste hast und es ist schwierig zum Loslassen. Dieses Schwert symbolisiert nämlich Trennen von Angst. Wie Erzengel Michael trennt auch mit seinem Lichtschwert die Angst. Also es kann solche Momente sein und das zeigt auch deinen Gefühlszustand. Und diese Mondenergie ist die Wechselhaftigkeit. Wie der Mond wechselt auch die Mondphasen, mal zunehmend, mal abnehmend, mal Vollmond, mal Neumond. Und das kann bedeuten, hier in der Schattenseite, dass eine gewisse Wechselhaftigkeit da ist oder Zweifel und dann kommt auch Angst oder Unsicherheit. Kann diese Wechselhaftigkeit auch bei deinem Partner sein, muss nicht dich betreffend sein. Aber das werft in dein Leben auch eine gewisse Schatten, weil das verunsichert dich, wenn er keine klaren Entscheidungen trifft. Wobei hier im Licht steht die Liebesenergie aber sehr, sehr gut. Was noch Schatten sein kann, das sind die Finanzen oder eine weibliche Person, der von dir Geld möchte oder verletzt dich und verletzt dein Selbstwertgefühl. Immerhin die goldene Tale hat auch mit Werten, mit Selbstwertgefühl auch was zu tun. Und die Schlange ist auf jeden Fall hier eine weibliche Person. Also das kann auch die Schatten sein, das fehlende Selbstwertgefühl oder Einflüsse von außen, was dich natürlich dann in dem Moment verletzt. Fühlst du dich verletzt und zweifelst an deinen Werten. Kann das ein Zusammenhang sein mit Finanzen. Möglich ist auch, dass du versuchst etwas loslassen und dann kommt diese Schlangenenergie und das hat auch mit Ängsten was zu tun. Und das kann auch Verlustangst sein, dass du aus Verlustangst versuchst etwas festzuhalten. Das kann auch die Schattenseite sein. Und hier ist noch eine wichtige Botschaft und das bedeutet, die Schätze bewahren. Schau mal diese Schatztruhe an. Du kannst diese Schatztruhe mit deinem Herz in Verbindung setzen. Öffne dein Herz. Das ist wie eine Schatztruhe. Und schau, was da alles drin ist. Was liebst du? Du liebst Natur oder Kunst oder Sport oder Kreativität oder bist du spirituell oder Freundschaften oder Familie oder Reisen und auch die liebe Partnerschaft. Das öffnen diese Schatztruhe oder etwas schließen, bewahren und behüten als deins im Besitz zu nehmen. Und wenn hier ein bisschen Gewitter ist, das macht nichts, weil nach dem Gewitter kommt die Sonne. Und das hat auch eine reinigende Wirkung. Liebe Arini Diva, so könnte ich Licht und Schatten beschreiben in den kommenden zwei Wochen. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.